Der ganze Freiwilligendienst ist ein Schritt aus der Komfortzone heraus. Zum Beispiel vor meinem Freiwilligendienst, als ich in slowakischen Facebook-Gruppen nach einer Wohnung gesucht habe, aber auch jetzt am Ende meines Freiwilligendienstes, wenn ich mir überlege, wie ich Schülerinnen und Schülern das Thema Magnetismus nahe bringen kann. 1. K. 7. 12. 13. 15. 16.